Hallo und herzlich Willkommen. Heute geht es in unserem Webinar um Projekt FUGU. Worum es sich da dreht und was das ganze mit PWA zu tun hat und modernen Webentwicklung, erzählt euch heute der Chris. Von meiner Seite auch schon mal ein Gruß auf die andere Reinseite. Die übergebe ich dann gleich. Mein Name ist Göran Humberg und ich würde euch gern kurz noch ein paar Informationen mitgeben, wie ihr am allerbesten am Webinar teilnehmen könnt. Dazu blende ich euch gerade ein paar kleine Slides ein. Gebt mir eine Sekunde, um den Bauchbinder auszublenden. Den brauchen wir gerade nicht. Genau. Lasst im Chat übrigens sehr gerne mal ein Hallo da, von wo ihr herkommt, von wo ihr uns zuschaut, ob ihr vielleicht schon FUGU probiert habt. In der Tat ist es ja eher was zum Essen. Oder man sieht es im Aquarium. Die kleinen netten Fischlein. Fände ich sehr interessant. Ich selbst mag Sushi sehr. Chris glaube ich auch. Wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel ob Chris schon mal FUGU während seiner Japan-Reise probiert hat, packt es gerne in den Q&A-Bereich. Da könnt ihr Fragen eintragen, die euch während dem Webinar kommen oder die ihr vielleicht schon mitgebracht habt. Das ist gar kein Thema. Wir gehen dann nach dem Talk von Chris drauf ein. Ihr habt auch die Möglichkeit mit dem Daumen hoch eine gewisse Priorisierung der Fragen zu forcieren. Die werden wir dann versuchen zu berücksichtigen später. Packt einfach eure Fragen rein. Wir sind sehr gespannt, was da kommt. Dann gibt es die Möglichkeit, Fragen in einem etwas privateren Umfeld mit Chris zu beantworten und zu adressieren. Dafür gibt es ein sogenanntes Expert-One-on-One. Das haben wir etabliert, um so ein bisschen Konferenz-Feeling für euch zur Verfügung zu stellen. Also früher hat man Chris häufiger auf Konferenzen getroffen. Hoffentlich demnächst auch wieder. Da könnt ihr einfach mit ihm unter Vier-Augen ein bisschen, ja, auch Topics besprechen, die ihr jetzt vielleicht nicht in einem öffentlichen Webinar besprechen wollt. Ihr könnt eine Verschwiegenheitserklärung von uns euch einholen und dann auch direkt über Projekt-Topics sprechen. Ich würde euch den Link für die Registrierung da mal einblenden. Ihr könnt euch da sehr gerne für registrieren. Ich komme dann auf euch zu für eine genaue Terminabstimmung. Das Ganze ist kostenlos. Nutzt es sehr gerne. Es ist eine sehr schöne Möglichkeit, mit Chris eben ein bisschen in den Ring zu steigen. Am Ende des Webinars, das heißt, Chris, wie lange brauchen wir heute? Die klassische 50 Minuten Roundabout? Ja, genau. Werdet ihr automatisch auf die Feedback-Seite weitergeleitet. Lasst uns da sehr, sehr gerne euer Feedback da. Das nehmen wir sehr ernst. Am unteren Ende des kleinen Formulars gibt es auch die Möglichkeit, uns einen Freitext da zu lassen. Da könnt ihr entweder ein bisschen Prosa hinterlassen zum Webinar heute oder wenn euch bestimmte Themen interessieren, wie Push-Notifications oder Service-Worker, ein Deep-Dive dafür und so weiter und so fort. Lasst uns einfach einen Text da und wir schauen, ob wir das in die Schedule mit reinbekommen. Solltet ihr früher abhauen müssen in Richtung Mittagspause oder weil ihr noch Meeting habt, seid bitte so nett und verlasst das Webinar über das Kontextmenü rechts oben und dann auf Exit-Webinar, weil nur dann werdet ihr eben auf diese Feedback-Seite weitergeleitet. Gut, das soll es von mir gewesen sein. Ich freue mich sehr auf das sehr coole Topic. Bin gespannt, was es auch Neues gibt. Wir hatten den Talk ja schon mal. Deswegen gibt es wie immer einige Updates und ja, ich übergebe dann einfach mal Chris. Die Bühne gehört dir, Rock'n'Roll. Wir sehen uns später wieder. Vielen Dank, Göran. Ja, danke sehr. Dann erst mal Hallo an alle. Ich sehe aus ganz, ganz vielen Ecken von Deutschland und der Schweiz. Sehr schön. Ein paar Namen sind mir auch bekannt. Genau, sehr cool, dass ihr dabei seid. Freut mich sehr. Jo, ich würde vorschlagen, wir machen auch mal direkt hier die Präsentation auf und springen dort direkt rein. Dazu muss ich auf. Hey, ach, da oben. Tja, wir haben es gerade noch eingangs drüber gehabt, dass sich unser Tool hier ein bisschen verändert hat. Das hat es tatsächlich jetzt woanders, wie ich es sonst erwartet habe. Oder muss ich mich doch da hin? Ja, genau. Ja, das ist Software as a Service. Das ist am Leben. Also seit unserem Dry Run gestern bis heute gab es in der Tat ein Update. Ja, sehr schön. Ich bin gespannt, dass alles funktioniert. Also ein sehr nützliches Feature, was wir hier gekriegt haben. Nicht. Naja, egal. Alles klar. Also dann, herzlich willkommen. Progressive Web Apps jenseits von Mobile. Darüber wollen wir sprechen. Und zwar wollen wir uns jetzt im Speziellen die Desktop-Schnittstellen anschauen, die mit Project Fugu kommen. Was Progressive Web Apps sind, was Fugu ist, dazu kommen wir hier in der Präsentation. Und dann halt eben auch noch speziell auf die Frage, wie sieht es mit Desktop-PWAs aus? Also inwiefern, was ist da anders? Was muss man da vielleicht anders beachten oder betrachten als bei der mobilen Variante? Ganz kurze Vorstellung zu meiner Person. Christian Liebl ist mein Name. Bin bei dem W3C unterwegs. In der Web Apps Arbeitsgruppe ist jetzt gerade die sogenannte T-Pack, die Plenarwoche der W3C, die sich über drei oder vier Wochen erstreckt. Und unsere Treffen sind aktuell gerade und nächste Woche auch wieder. Dann bin ich Mitglied der Expertenprogramme von Microsoft und Google, das MVP-Programm. Hier der blaue Diamant und Google, die haben diese komischen spitzen Klammern da. Hauptthemengebiete bei mir sind Angular und Progressive Web Apps. Und das Letztere soll es heute quasi gehen. Folien könnt ihr im Anschluss bekommen unter dieser Adresse. Und wenn ihr mit mir in Kontakt treten möchtet, dann tut es gerne über Twitter. Hier ist das Twitter-Handle abgebildet. Oder über E-Mail. Genau, das ist einfach Vorname, Punktnachname, at thinktacture.com. Einige von euch kennen das Konzept vielleicht schon. Andere fragen sich, was soll denn jetzt diese Progressive Web Apps sein? Was soll Fugu sein? Deswegen möchte ich ganz, ganz kurz vorstellen, was diese beiden Begrifflichkeiten bedeuten sollen. Und dann schauen wir uns konkrete Inhalte an. Beginnen wir uns zunächst mal bei Progressive Web Apps oder PWA. Das ist ein webbasiertes Anwendungsmodell. Das ist uralt. Das gibt es seit 2014, 15, 16 rum ungefähr. War damals eine Idee gewesen. Ganz ursprünglich sogar mal von Mozilla mit ihrem Firefox OS. Später aufgegriffen und groß gemacht durch vor allem Google, aber auch Microsoft. Und hier geht es darum, dass wir Web-Anwendungen haben, die wir zum einen auf unserem Computer, auf unserem Mobilgerät installieren können. Dafür ist das Web-App-Manifest da, denn dieses definiert das Aussehen und das Verhalten der auf dem Gerät installierten PWA. Installieren heißt dabei nichts anderes, als dass wir einen Link quasi bekommen oder eine Verknüpfung auf dem Home-Bildschirm oder in der Task-Leiste unseres Betriebssystems. Ansonsten gibt es keinen Unterschied. Es ist eine Webseite, wie quasi alle anderen Webseiten zunächst einmal auch. Und zum Zweiten haben wir den sogenannten Service Worker. Der ist ein Proxy, Controller oder Interceptor zwischen dem Netzwerk und eurer Anwendung. Sieht also sämtliche ausgehenden Requests, sowohl von der eigenen Origin als auch die für Friend Origins, falls ihr zum Beispiel Schriftarten oder Skripte von einem CDN herunterladet. Mithilfe dieses Service Workers bekommen wir zum einen die Offline-Fähigkeit hin, indem wir dann einfach die Requests, die wir erfüllen müssen bzw. eher die Responses dazu in den Cache legen und dann im Offline-Fall von dort aus liefern. Weiterhin werden solche Anwendungen damit auch besonders schnell ausgeführt, denn standardmäßig, wenn ich erst im Cache ausliefere, geht es natürlich besonders schnell, als wenn ich erst über das Netzwerk gehen muss. Wie gesagt, das Konzept der Progressive Web Apps ist mittlerweile echt schon einige Jahre alt, ist mittlerweile auf allen Plattformen so weit auch unterstützt, zumindest wenn es da um die Offline-Ausführbarkeit geht. Die Installierbarkeit wird von den meisten Browsern auf den meisten Plattformen unterstützt. Das heißt, was mit Progressive Web Apps schon mal ganz gut geht, sind sowas wie diese Offline-Fähigkeit, die geht eigentlich überall auf jeder Plattform, Push-Nachrichten auf den meisten Plattformen. Das einzige, wo es nicht funktioniert, ist tatsächlich die Safari, sowohl auf macOS als auch auf iOS. Auf macOS haben wir immerhin so eine Fallback-Variante, die aber furchtbar zu implementieren ist. Auf iOS können Progressive Web Apps noch immer keine Push-Benachrichtigungen empfangen. Es gibt hier allerdings ein Update, es gibt etwas, was zumindest mal geringfügig Hoffnung macht, denn im WebKit-Code wurde die Push-API tatsächlich, oder zumindest erste Schnittstellen davon, angefangen zu implementieren. Das heißt jetzt noch immer nichts. Es kann sein, dass es dann am Ende gar nicht in Safari aufschlägt, aber zumindest in WebKit ist dann die Push-API schon normal drin. Das beobachten wir natürlich und das spannende ist, dass wir exakt dieses Vorgehen auch schon vor fünf Jahren gesehen haben, als zum Beispiel Apple auch noch nicht die Service Worker implementiert hatte und dann irgendwann kamen also die ersten Schnittstellen und irgendwann war es da. Das heißt, Hoffnung besteht tatsächlich. Und was Progressive Web Apps auch schon können, auch schon seit längerem, ist zum Beispiel auf Webcams oder Mikrofonen des Geräts zuzugreifen und dann zum Beispiel mit Web-RTC Videokonferenzen zu machen. Ihr habt vielleicht während der Corona-Zeit Teams im Browser genutzt oder BigBlueButton oder viele weitere Ansätze, die haben alle über exakt diesen Weg funktioniert. Ja, und da gibt es allerdings noch eine ganze Reihe von Dingen, die bis jetzt eben noch nicht funktioniert haben. Das ist zum Beispiel sowas wie Zugriff aufs Dateisystem oder die Zwischenablage oder vielleicht auf die lokale Schriftartentabelle. Und das Schöne ist, dieser Versatz zwischen Nativen und Web Apps, der schließt sich zusehends, denn genau diese drei Funktionen, die wir hier sehen können, sind zum Beispiel Schnittstellen, die wir jetzt aktuell in zumindest mal in Vorab-Versionen von Chrome schon nutzen können. Das heißt, hier können Progressive Web Apps tatsächlich auf die nächste Stufe kommen, auf das nächste Level und quasi mehr und mehr Features einsetzen. Das bringt uns jetzt eben zu diesem zweiten Teil des Webinartitels hier, nämlich Fugu. Fugu ist japanisch für Kugelfisch. Hier kann man das sehen, beziehungsweise auch das Fleisch des Kugelfisches. Was wir hier sehen, ist das Logo von Project Fugu. Das ist nichts anderes als das Android-Emoji des Kugelfisches. Ja, und das ist das Logo einer Initiative, bei der sich drei Unternehmen zusammengeschlossen haben, nämlich zum einen mal Google, zum zweiten Intel und zum dritten Microsoft. Klammer auf, plus weitere Unternehmen, denn Fugu ist eine offene, transparente Unternehmen. Das heißt, hier kann theoretisch jeder, auch Einzelpersonen können hier einsteigen und mit unterstützen. Aber zweifelsohne, die drei Hauptkräfte hinter Project Fugu sind die drei Unternehmen, die hier abgebildet sind. Wirkt vielleicht so ein bisschen wild durcheinandergewürfelt, aber hat tatsächlich einen Sinn. Google hat Chrome OS, ein Betriebssystem auf Webbasis. Das heißt, Google ist sehr daran interessiert, dass Anwendungen auf seinem eigenen Betriebssystem sinnvoll funktionieren. Darauf zielen viele der Schnittstellen ab. Springen wir mal nach rechts zu Microsoft. Die waren schon immer sehr webfreundlich. Schon mit Windows 8 konnte man mit HTML5 und JavaScript Apps schreiben, die auf der exakt gleichen Stufe waren, wie mit C-Sharp oder C++ geschriebenen Apps. Und ein bisschen rausfallen würde vielleicht Intel. Die haben, aber das ist auch interessant, die sind natürlich Prozessorhersteller und die haben in ihren Telemetriedaten festgestellt, dass die meiste Zeit sich der Anwender in einem Browser bewegt und die meiste Zeit ist es eben ein Chromium basierter Browser, zum Beispiel Chrome oder Edge. Das heißt, die Nummer 1 App auf der Intel Plattform ist der Browser und deswegen ist auch diesem Prozessorhersteller daran gelegen, dass man so viel es geht damit natürlich machen kann. Und so ein bisschen das Zitat hier ist, wir, das FUGU-Team, wollen das Web zurückbringen API um API. Also Schnittstellen, die im Web aktuell gerade fehlen, die wollen wir Stück für Stück zurück ins Web bringen. Und dazu habe ich mal eine Demo-Anwendung mitgebracht. Ich weiß, dass der eine oder andere von euch sogar schon kennt, aber sie ist immer wieder schön und ich würde es gerne auch allen dann von euch einmal vorstellen. Wenn ihr mögt, da es eine Progressive Web App ist, läuft sie überall. Das spielt keine Rolle, welches Gerät ihr gerade vor euch habt oder mitgebracht habt. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr einfach jetzt auch die hier dargestellte Adresse öffnen, paint.js.org, zum Beispiel ein Handy, was gerade in eurer Hosentasche steckt oder so und die Anwendung dort ebenfalls mit ausprobieren. Das heißt, das ist schon mal die erste Eigenschaft. Das ist eine Progressive Web App. Sie ist mit Web-Schnittstellen geschrieben, basiert auf Web-Technologie. Das heißt, sie funktioniert überall dort, wo es einen halbwegs modernen Web-Browser gibt und das ist ja auf allen relevanten Plattformen der Fall. Auf Android, iOS, iPadOS, Windows und Linux, macOS. Überall dort gibt es ausreichend starke Browser und überall dort können wir jetzt diese Anwendung ausführen. Und das Schöne ist, dass ich sie nur einmal schreiben musste und jetzt quasi überall dort ausführen kann. Das heißt, für die Effizienz ist es natürlich auch hervorragend. Gut, dann machen wir das auch hier mal. Ich öffne also paint.js.org und hier kann man die Anwendung sehen. Idee von Progressive Web Apps ist, wie immer, dass schon im Browser alles sinnvoll funktioniert. Das heißt, ich kann hier drin alles machen, was man mit dem klassischen Paint auch machen konnte. Wie ihr seht, soll das hier so ein bisschen Remake sein von dem Paint für Windows 95. Kann ich rummalen, kann die klassischen Tools verwenden, die man dort so kennt. Und es funktioniert das nächste Mal alles wunderbar im Browser, ohne es überhaupt installieren muss, oder ohne es wissen muss, was Installation überhaupt konkret bedeutet. Also alles funktioniert hier drin in diesem Browser-Tab. Und wie gesagt, unabhängig von dem konkreten Browser, den ich verwende. Jeder, der halbwegs moderne Web-Shirtstellen spricht, kann genau das tun. Jetzt gibt es die... Also das ist der erste Punkt. Wir schreiben immer schöne Webanwendungen, die sinnvoll im Browser-Tab funktionieren. Jetzt kommt die zweite Stufe. Da geht es nämlich um Progressive Web-Apps. Das heißt, diese Anwendung hier darf jetzt das Browser-Tab verlassen und darf auf die gleiche Höhe kommen, quasi, wie andere native Apps auch. Dafür gibt es in Chrome und Edge, hier oben rechts in der Adresszeile, diesen Installieren-Button auf den mobilen Geräten. Dort dann einschließlich Safari geht es über das Drei-Punkte- beziehungsweise Teilmenü des Browsers. Und wenn ich hier die Installation der Anwendung bestätige, dann öffnet sich diese Anwendung, das ist gerade hier auf dem anderen Bildschirm passiert, öffnet die sich jetzt in einem eigenständigen Fenster. Was heißt das? Unter anderem ist, oben links hier im Mac steht immer der Name der aktuell geöffneten Anwendung. Hier also jetzt gerade Paint und nicht mehr, wie davor, Chrome, sondern Paint. Und wenn ich hier unten das Dock mal herbringe, sehe ich, dass meine Paint-Anwendung hier auch noch ein Dock-Icon gekriegt hat. Und wenn ich zum Beispiel auch noch den Tab-Switcher bemühe, dann taucht auch darin wieder die Paint-App auf. Das heißt, es ist jetzt aus dem Tab herausgewandert und genauso mächtig wie andere nativen Anwendungen auch. Und das ist zugleich der zweite Schritt. Also die Installierbarkeit und Offline-fähig wäre es jetzt auch. Ich kann es leider gerade nicht demonstrieren, weil sonst hier meine Verbindung zu euch wegreist. Aber ihr könnt auf eurem Handy beispielsweise kurz in den Flugzeugmodus gehen, sofern ihr nicht gerade das Handy nutzt, um dem Webinar zuzuschauen. Und dann lädt die App noch immer. Und sie lädt auch besonders schnell. Kann ich kurz demonstrieren. Wenn ich sie hier mal zumache. Speichern das schöne Bild mal nicht. Und ich gehe hier unten drauf. Zack, ist die Anwendung sofort da. Wir müssen nicht erst zum Server gehen, sondern die App ist sofort hier und sofort startklar. Das also Stufe Nummer 2. Und jetzt kommt Stufe Nummer 3 drüber. Das heißt, wir wollen diese App, so schön sie da jetzt ist und so schön sie aussieht, jetzt noch tiefer integrieren in unser Betriebssystem. Und das könnte zum Beispiel bedeuten, dass wir uns mit dem Dateisystem integrieren möchten oder im Dateisystem Dinge tun können und wollen. Dazu bringe ich einmal kurz hier meinen Feinder rüber. Und wir können hier in dieser Anwendung mal ein bisschen rumzeichnen. Ich versuche mal ein schönes Bild, wie gerade eben, zu machen. So, zack. Wunderschön. Und jetzt möchte ich es abspeichern in meinem nativen Dateisystem. Dazu kann ich jetzt einfach hier auf File gehen und dann sagen Save. Und dann kommt hier der native Dateispeichern Dialog. Und ich kann hier einen Namen vergeben. Sagen wir zum Beispiel, keine Ahnung, das ist jetzt Spiegelei PNG. Ich gehe auf Save. Und ihr seht unten rechts, wie jetzt diese Datei Spiegelei PNG erzeugt wurde. Nun muss man fairerweise dazu sagen, dass das auch schon früher ging mit anderen Webschnittstellen. Die hier hat einige Vorteile, die wir gerade sehen. Das ist die sogenannte File System Access API. Denn die darf zum Beispiel auch wieder eine Datei überschreiben. Wenn ich hier also mal den Hintergrund auf Rot stelle und speichere die Datei, gehe auf Save, dann könnt ihr sehen, dass hier unten die Datei quasi jetzt überschrieben wurde und jetzt ein roter Inhalt drin ist. Man sieht es schon im Thumbnail, aber ich mache es auch gerne nochmal groß. Jetzt ist es quasi rot. Dieses Überschreiben war zuvor nicht möglich, geht jetzt dank der sogenannten File System Access API. Eine weitere Schnittstelle, die sehr hilfreich ist, gerade für Produktivitäts-Apps wie diese, ist zum Beispiel, dass ich hier so eine Auswahl treffen kann und dann sagen kann Cut. Und jetzt schneide ich hier einen Teil dieser Grafik aus. Und dann kann ich zum Beispiel die Preview App vom Mac nutzen, kann hier oben auf File und dann New from Clipboard gehen. Dann bekomme ich quasi ein neues Dokument aus dem Clipboard erzeugt und, hat sich gerade hier drüben geöffnet, hier sehe ich nun, dass das meine ausgeschnittene Grafik aus der Paint App drin ist. Und jetzt geht natürlich auch der umgekehrte Weg. Wir können hier jetzt eine Veränderung vornehmen, kann hier etwas reinzeichnen zum Beispiel und gehe jetzt umgekehrt hier auf Copy und kann dann hier drüben in meiner PWA Paste sagen. Und dann bekomme ich hier die Grafik wieder eingefügt in meine Zeichenfläche. Jetzt speichere ich das wieder. Dann wird hier unten die Datei wieder aktualisiert. Guck mal kurz rein. Stimmt. Und mache die Paint App mal zu, denn eine weitere Möglichkeit, sich dann noch quasi ins Betriebssystem zu integrieren, könnte sein, dass ich jetzt die Paint App so toll finde und immer gerne alle meine PNG-Dateien damit öffnen will. Auch das geht, denn es gibt die sogenannte File Handling API und was die tut ist, dass ich eine PWA, wie unsere Paint PWA hier unten, als Handler für bestimmte Dateiformate registrieren kann. Das hat unsere App gemacht und wenn ich jetzt hier auf OpenWave gehe, sehe ich hier in der Liste von kompatiblen Anwendungen wieder meine Paint PWA. Wieder auf der Stufe mit allen anderen nativen Apps auch. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufgehe, öffnet sich, unten sieht man schon, die App ist einmal hochgehüpft, wieder meine PWA. Ich muss hier initial einmal die Berechtigung erteilen. Ich kann das auch grundsätzlich tun für alle PNG-Dateien, die da jemals kommen werden und wenn ich das tue, bekomme ich dann Zugriff auf die Datei. Dann kann ich, wenn ich möchte, sogar diese PWA hier als Standard-App festlegen und dann würde ich künftig alle PNG-Dateien immer mit meiner PWA öffnen. Vergessen darf man bei all diesen mächtigen Integrationen nie, dass es sich hierbei um eine Web-Anwendung handelt. Das heißt, ich kann hier wunderbar, okay, hat sich gerade geschlossen, aber müsste noch da sein, genau. Man kann hier immer noch die Dev-Tools öffnen mit F12 und dann kann ich hier sehen, es ist immer noch der Browser, der hinten dran tickt. Manchmal vergisst man das so ein bisschen, geht zumindest mir so, weil das einfach so wunderbar gut funktioniert. Und ja, das ist die Idee von Project Fugu, dass wir diese PWA noch tiefer ins System integrieren können. Okay, ich lese gerade schön im Chat immerhin, einem bringt schon nochmal was, das ist schön. Ich finde das auch ziemlich verrückt und eine coole Sache. File-Handling sollte auch bald standardmäßig aktiviert sein im Chrome, ist also noch eine etwas neuere API, aber die ist dann bald verfügbar, generell verfügbar, was eine schöne Sache ist. Als nächstes will ich euch mal die Liste von Fugu APIs zeigen, die ist extrem lang. Es gibt hier eine Webseite von, ja, vom Fugu-Team und da gucken wir rein, aber am besten im Browser. In den Folien hin unten lasse ich euch den Link drin, dass es auch später quasi selbst anschauen könnt. Also, wir machen gerade hier mal kurz diese Seite auf, gu.gle, dann Fugu minus API minus Tracker. Und hier sehen wir jetzt all die verschiedenen Schnittstellen, die zum nächsten Mal schon mal geschippt sind. Aber dann gibt es auch welche, die in der Origin-Trial sind, es gibt welche, die sind in der Developer-Trial, es gibt welche, deren Implementierung wurde gestartet und da gibt es eine ganz, ganz lange Liste von Dingen, die da vielleicht noch kommen könnten. Beginnen wir mal ganz oben. Da sehen wir die APIs, die schon geschippt wurden und da sind echt extrem coole Sachen dabei, zum Beispiel Möglichkeiten, um mit Bluetooth-Geräten zu sprechen, Bluetooth LE über das Generic Attribute Profile, Möglichkeiten mit USB-Geräten zu reden. Vielleicht habt ihr Kamera-Equipment, wie ich beispielsweise. Immer wenn ich da Firmware updaten muss, brauche ich irgendeinen nativen Client, der geht da aber nicht auf macOS Blah und so. Da hilft uns die Web-USB-API, weil die tatsächlich low-level mit dem Gerät sprechen kann. Ich brauche nie wieder einen nativen Client zu schreiben und kann dann quasi mit USB-Geräten interagieren. Vielleicht könnt ihr mal drüber gucken, ist was Interessantes für euch noch dabei. Async-Clipboard ist was, was ich gerade eben gezeigt habe. File-System-Access, das hier auch mit dabei stehen sollte. Da unten kommt es, ist auch dabei. App-Shortcuts sehen wir später noch. Möglichkeiten, ja, auf serielle Geräte zum Beispiel zuzugreifen oder NFC-Geräte, ganz neu, wie man sehen kann, mit Chrome 89 erschienen, sind dort auch drin enthalten. Origin-Trial ist der nächste Schritt. Das ist die nächste, nächste schwächere, sagen wir mal, Reifegrad. Da geht es darum, dass man diesen noch nicht grundsätzlich verwenden kann. Stattdessen muss man sich für ein Token registrieren und dann darf ich aber diese API tatsächlich schon mal in der Wildnis einsetzen, ohne dass Benutzer da irgendeinen Flag aktivieren müssten oder so. Und hier sehen wir jetzt gerade das File-Handling, von dem ich gerade eben gesprochen habe, ist noch in der Origin-Trial bis Version 94. Ganz oben können wir mal gucken, wo wir gerade stehen. Chrome 95 ist die aktuelle Dev-Variante, das heißt, es dauert quasi noch, bis die ja, bis die generell verfügbar ist, sollte dann aber bald kommen, würde ich mal vermuten. Rechts sieht man immer, auf welchen Betriebssystemen das Ganze funktioniert. Das heißt, File-Handling geht in der Linux, Windows, MacOS, sorry, MacOS und Chrome OS, natürlich. Auf dem mobilen Betriebssystem geht es nicht, weil die typischerweise dieses mentale Modell von zugeordneten Dateien auf Dateiendungen nicht haben. Dann gibt es die Developer-Trial, da müsst ihr hingehen und ein Flag anschalten in der Config, das heißt, es ist nicht grundsätzlich verfügbar. Da haben wir aktuell gerade zum Beispiel die Local Font Access API drin, die ich euch theoretisch auch noch kurz zeigen kann, die habe ich hier auch eingebaut. Kann man hier so ein Schriftartenfeld groß ziehen und hier, oh okay, nee, ich habe sie gerade nicht aktiviert, schade. Und dann kann man sich hier Zugriff geben lassen auf die komplette Liste der nativ installierten Anwendungen. Ist hier in der Demo implementiert, aber entweder fehlt es für installierte Apps oder ich habe das Flag vielleicht wieder zurückgedreht. Aber auch das kommt, brauchen Apps wie Photoshop zum Beispiel oder Illustrator, wenn die ins Web wollen oder PowerPoint oder was auch immer, die wollen natürlich Zugang haben auf alle Schnittstellen, die es dann, sorry, auf alle Schriftarten, die es auf dem System gibt. Dann gibt es die, die jetzt gerade gestartet werden, zu implementieren. Hier ist sowas wie Raw Sockets, sehr interessant. Webshare auf dem Desktop geht zum Beispiel auf macOS noch nicht. Das ist hier geplant. Und dann, wie gesagt, die sehr, sehr lange Liste an möglichen Dingen, die vielleicht mal kommen, mit Hilfe von Fugu. Das heißt, man sieht, wir können den Vortrag noch eine ganze Weile lang machen. Da gibt es noch echt genug Themen, über die man da sprechen kann. Ich glaube, ein ganz lustiges noch dabei. macOS Touch by API. Weiß nicht, ob es die noch gibt nach der Keynote dieser Woche. Mal schauen, ob da was passiert. Gut, das ist also der Fugu Tracker, der auflistet, was so noch alles kommen wird in der Welt der modernen Web-Anwendungen. Gut, ich möchte gerade mal kurz grundsätzlich darstellen, wie diese APIs immer funktionieren. Ich habe dafür jetzt mal als Beispiel die sogenannte Web-Share-API mitgebracht. Die sieht genau so aus. Ihr ruft einfach navigator.share auf und dann kann man damit URLs, Texte, Titel und Dateien mit anderen Anwendungen teilen. Sieht aus wie hier dargestellt und es spielt hier keine Rolle, auf welchem System ich bin. Also ich kann jetzt auf Android sein, auf iOS, auf macOS, Windows, Linux spielt keine Rolle. Ich rufe immer navigator.share auf. Ich muss explizit kein ifdev oder sonst was machen, sondern es ist immer navigator.share. Denn dieser Aufruf, der wird quasi an den Browser weitergeleitet und der Browser wiederum, dem wird zur Compile-Zeit des Browsers hintendran einfach die korrekte Implementierung gegeben. Das heißt, navigator.share führt auf Android-Geräten dazu, dass dann hintendran die native Share-Intent-API aufgerufen wird. Auf Windows rufen wir einen Data-Transfer-Manager auf und auf macOS zum Beispiel den NS-Sharing-Service-Picker plus auf den anderen Systemen dann, was jeweils dazu passt. Das heißt, wir würden niemals selber native Schnittstellen aufrufen. Geht nicht, dürfen wir nicht. Wir sind immer noch in der Sandbox. Stattdessen ist der Browser hier so der Mittelsmann, der dann eben die passende native Implementierung aufruft. Es kann sein, dass manche Schnittstellen nicht auf sämtlichen Plattformen verfügbar sind. Gerade eben haben wir schon gesehen, Web-Share geht zum Beispiel mit Chrome auf macOS nicht, einfach weil sie es noch nicht implementiert haben bisher. Das heißt, was wir immer tun sollte im Falle dieser Project Fugu APIs ist zu schauen, gibt es diese Schnittstelle überhaupt. Das ist mit JavaScript zum Glück relativ einfach. Alles, was wir dafür tun müssen, ist zu sagen, hier in dem konkreten Beispiel, if share a navigator und nur dann, wenn ich die Share-Methode auch wirklich habe, darf ich sie aufrufen. Ist für, ich sag mal, .NET-Augen oder Java-Augen immer ein bisschen komisch, weil wir diesen Fall dort in der Regel nicht haben. Wir kennen ja unsere Objekte genau. In JavaScript im Browser ist es eben nicht zwingend so. Hier müssen wir erst gucken und es dann nutzen, weil sonst gäbe es Probleme, wenn ich auf einmal da eine Methode aufrufen will, die es gar nicht gibt. Dann bricht an der Stelle vielleicht auch meine App. Gut, jetzt wollen wir uns die Frage stellen, wie integriert sich denn jetzt das alles mit dem Desktop? Also sollte hier jetzt im Speziellen um Desktop-PWRs gehen und hier habe ich ein paar Beispiele für euch mitgebracht. Starten möchte ich gerne mit der sogenannten Badging-API. Die ist jetzt weniger für Produktivitäts-Apps wie Paint gedacht, die wir jetzt eingangs gesehen haben, sondern mehr so in Richtung Messenger zum Beispiel oder soziales Netz oder Forum. Hier sehen wir ein Beispiel, das ich euch gescreenshottet habe. Ich nutze tagtäglich hier unten die Twitter-PWA. Das heißt, auch hier tickt wieder hinten dran der Browser. Kann man noch so ein bisschen hier oben an diesem Extension-Icon und dann den drei Punkten erkennen. Und hier sieht man, ich habe quasi sechs Benachrichtigungen innerhalb meiner Twitter-App und die schreibt mir die Twitter-App hier auf das Badge der Anwendung quasi oben drauf. Das heißt, ich habe da die sechs stehen und weiß, aha, ohne dass ich unbedingt die App dann auch direkt im Vordergrund haben muss, dass es hier also irgendwelche Änderungen, irgendwelche Neuigkeiten gab, die ich mir anschauen kann. Auf derselben Ebene, wie zum Beispiel auch Slack es tut. Badging-API ist super, wenn man also Updates innerhalb der Anwendung kommunizieren möchte, ohne dass man den Benutzer ablenkt. Push-Benachrichtigungen sind ablenkend, weil die einfach aufploppen irgendwie und dann relativ viel Platz einnehmen. Das ist anders bei den Badges. Und genau, das wird dann typischerweise entweder auf dem Home-Bildschirm dargestellt oder jetzt hier in dem Fall im Doc-Darstellung. Variiert dann natürlich von Plattform zu Plattform. Ganz interessant, wir haben gerade für das HTTP-Archive, da sage ich am Ende noch ein bisschen was dazu, eine Erhebung gemacht, welche Webseiten im Web nutzen denn welche APIs. Dafür haben wir sechs bis sieben Millionen Webseiten durchsucht und es scheint so zu sein, dass Discourse, die Forum-Software-Discourse exakt die Badging-API nutzt. Das heißt, wenn ihr ein Discourse-Forum installiert auf euer Gerät, das schützt also auch die Installation, dann bekommt ihr ebenfalls unten über die Badging-API die Anzahl von Benachrichtigungen innerhalb dieses Formulars dann dargestellt. Die API ist relativ einfach. Einfach nur Set-App-Badge auf Navigator und dann die Zahl, die ich gerne setzen möchte und mit Clear-App-Badge wird es wieder entfernt. Als nächstes hätten wir Shortcuts. Die sind wieder für viele verschiedene Anwendungen interessant. Was die machen, ist sekundäre Einsprungspunkte bereitzustellen für Anwendungen. Das heißt zum Beispiel auf Windows, wenn ich rechts auf eine App klicke, dann kann ich mir dort einfach weitere sekundäre Einsprungspunkte darstellen lassen. Kennt ihr von Outlook zum Beispiel. Wenn ich da auf Outlook rechts klicke, darf ich direkt eine neue E-Mail erstellen oder einen neuen Kalendereintrag und so weiter. Und vom mobilen System kennt ihr es auch, wenn ihr lange auf einen Eintrag tippt oder den Eintrag getippt haltet auf dem Home-Bildschirm, dann kommen auch dort weitere Aktionen, mit der ich die App starten kann. Das Ganze gibt es mithilfe der Shortcuts jetzt auch für Progressive Web-Apps. Hier ist mal ein Beispiel dafür. Wieder die Twitter-PWA, wieder die, die ich installiert habe und nutze. Hier mal auf Windows, weil es auf macOS noch nicht geht. Wenn ich hier rechts auf das Twitter-PWA-Icon klicke, dann kann ich hier mithilfe der vier Links, New Tweet, Explore, Notifications, Direct Messages, die PWA öffnen und dann dort exakt diese Aktion ausführen, die dort hinterlegt ist. Das Ganze ist eine Erweiterung des Web-App-Manifests, wie man links sehen kann. Da würde ich einfach nur das Shortcuts-Array hinzufügen. Unterstützt derzeit auf Chromium-basierten Browsern, auf Windows zum einen und Android zum zweiten. Dann eine weitere API, die auch interessant sein kann für Produktivitäts-Apps, da denke ich vor allem an PowerPoint zum Beispiel, ist die Screen Wake-Lock API. Was diese Schnittstelle macht, ist, sie unterdrückt das Abschalten des zum Beispiel Bildschirms, was natürlich normalerweise eine gute Sache ist, weil man natürlich Energie oder Strom sparen möchte, wenn ich gerade vergessen habe, das Handy auszuschalten. Aber es kann auch problematisch sein, nämlich zum Beispiel, wenn ich gerade am Kochen bin und eine Rezept-Webseite offen habe und mir dann quasi der Bildschirm ausgeht, ich aber parallel gerade meinen Teig knete, dann ist es blöd, wenn ich meinen Bildschirm wieder anmachen muss, vielleicht noch meine PIN eingeben muss. Das sollte nicht passieren. Und das zweite Beispiel, wie gesagt, ist PowerPoint. Hier wäre es auch doof, wenn einfach sich der Bildschirm halt nach, weiß ich, einer Minute abschaltet, während ich gerade präsentiere. Hier gibt es eine Lösung dafür, ist das sogenannte Screen Wake-Lock API. Teil einer größeren Anstrengung der Wake-Lock API, die es in Zukunft auch die Möglichkeit geben soll, zwar den Bildschirm auszumachen, aber die CPU noch anzulassen, gibt es aktuell nicht. Aktuell nur für den Bildschirm implementiert. Sieht man auch so ein bisschen an der API, was ich hier machen muss, ist navigator.wake-Lock.request aufzurufen und dann kann ich dort den Typ des Wake-Locks reingeben, das ich gerne hätte. Wie gesagt, derzeit implementiert in den Chromium-basierten Browsern ist lediglich Screen und dann komme ich hier weiter bei, wie gesagt, Kiosk-Style-Apps, Rezepte-Apps und so weiter und so fort. Dann haben wir als nächstes die Async-Clipboard-API, die habe ich eben schon ein bisschen demonstriert. Die hat immer zwei Methodenpaare. Oben können wir sehen, wenn ich Inhalte in die Zwischenablage reinschreiben möchte. Unten können wir sehen, was passiert, wenn ich wieder Inhalte rausholen möchte, also Paste machen will. Es gibt dort jeweils so eine Shorthand-Methode, wenn ich direkt Plain-Text nutzen will, kann ich einfach Write-Text aufrufen oder Read-Text unten und dann schreibe ich entweder Klartext in die Zwischenablage oder bekomme Klartext raus. Ein bisschen schöner und ein bisschen interessanter ist noch die zweite Methode. Die erlaubt es uns, nahezu beliebige Daten in die Zwischenablage zu legen. Aktuell unterstützt werden von den verschiedenen Browsern lediglich PNG-Dateien, HTML-Schnipsel, Plain-Text und noch was, was ich gerade vergessen habe, aber quasi nicht beliebige Formate, sondern nur ausgewählte. Ist aber, wie gesagt, gerade für einen Use-Case wie Paint, was wir gesehen haben, ausreichend. Hier geht es einfach um PNG-Daten, die im Hintergrund hinterhergeschoben werden und das Ganze funktioniert dort sehr, sehr gut, wie wir gesehen haben. Ein bisschen interessant ist natürlich dieser Name Async-Clipboard-API. Damit hebt sich diese Schnittstelle ein bisschen ab von den früheren Ansätzen, die wir im Web da hatten. Es gab zum Beispiel die Exec-Command-Schnittstelle dafür, die aber nicht so mächtig war wie die Async-Clipboard-API. Und das Schöne ist, dass wir tatsächlich asynchron noch zum Beispiel die Inhalte modifizieren können. Zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal wieder Twitter als Beispiel. Wenn ich eine 20 MB PNG einfüge in meine Nachricht, meine DM, die ich gerade irgendjemandem schicken will, dann wollen wir die wahrscheinlich nicht erst an den Server übertragen, gerade wenn ich mobil unterwegs bin, mal schön 20 MB hochladen, sie dann dort reduzieren und dann weiterschicken. Stattdessen können wir mithilfe der Async-Clipboard-API den Paste auslösen, dann das Bild verkleinern, direkt im Client und dann quasi dieses verkleinerte Bild losschicken. Und das geht dank der Async-Clipboard-API, weil die UI in der Zwischenzeit nicht blockiert, können wir das quasi direkt hinten dran anfügen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass das die Twitter-PWR sogar genauso macht. Unterstützt wird diese Schnittstelle aktuell auf. Das ist nämlich ein schönes Beispiel, das ist nämlich eine Fugu-API. Natürlich zunächst einmal Chrome und Edge, von den Chromium-Contry-Buttonen, aber eben auch von Apple, die haben die Schnittstelle ebenfalls implementiert. Etwas schade ist, dass Firefox sie nur sehr, sehr teilweise implementiert. Firefox unterstützt derzeit nur die Write-Text-Schnittstelle, die anderen Methoden leider noch nicht. Und das zeigt auch schön, wie dann diese Innovation im Web auch tatsächlich funktionieren kann. Die Schnittstelle kam als Teil von Fugu quasi auf den Markt. Sie wird angenommen, implementiert. Daraufhin hat sich auch Apple gezwungen gesehen, das Ganze zu implementieren. Und so verbreitet sich dann diese API. Wie gesagt, schade, dass sie in Firefox eben noch nicht vollständig da ist. Das nächste wäre die sogenannte File-System-Access-API. Die haben wir vorhin auch schon ein bisschen gesehen. Bis jetzt war es eben so, dass Webseiten immer nur einen sehr eingeschränkten Zugriff hatten aufs Dateisystem. Habe ich vorhin erwähnt, sowas wie öffnen oder ins Downloads verzeichnen, speichern. Das konnten wir tatsächlich schon, aber eben noch nicht diesen Überschreiben-Use-Case zum Beispiel. Und was wir auch noch nicht konnten, ist zum Beispiel auf einen Ordner zuzugreifen und dessen Inhalte zu modifizieren. Und das Schöne ist, dass es exakt das, die File-System-Access-API bringt. Und damit ist sie wirklich sehr interessant für vor allem Produktivitäts-Apps. Visual Studio Code steht hier als Beispiel drin, dass man problemlos im Webbrowser ausführen kann, eben weil es schon eine Web-App ist. Vielleicht kennt ihr Visual Studio Code Spaces zum Beispiel, auf GitHub ist es glaube ich, wo ich tatsächlich dann mithilfe von einem VSCode im Browser, das sind auch Extensions unterstützt und alles, einfach direkt in meinem Browser implementieren kann. Das heißt zum Beispiel auch auf dem iPad, wo es zum Beispiel sowas wie das File-System ja auch nicht wirklich gibt und wo ich gar keinen VSCode installieren kann. Hier die weitere Idee, dass unsere Anwendungen nicht nur das Tab verlassen, sondern vielleicht sogar das Desktop-System. Genau. Und schön wäre es natürlich, wenn wir es tun könnten. Und wie gesagt, es geht mithilfe der File-System-Access-API. Ich möchte euch ganz kurz so vom Code her mal zeigen, wie das aussieht. Am Anfang, haben wir schon besprochen, immer erstmal gucken, ist es überhaupt da, denn es ist nur in den Chromium-basierten Browsern drin. Es ist aktuell nicht unterstützt von WebKit, also in den Safari-Browsern und es ist ebenso nicht unterstützt in Mozilla. Mozilla hält diese API für gefährlich und baut sie deswegen nicht ein. Über den Punkt können wir aber gleich auch noch reden. Ich zeige erstmal kurz, wie die Schnittstelle funktioniert. So sieht es aus. Ich rufe die Show-Open-File-Picker-Methode auf. Asynchron wieder, deswegen muss sein Await-For. Und dann bekomme ich die Liste der Dateihandles, die der Benutzer ausgewählt hat. Das ist nämlich die Art und Weise, wie die File-System-Access-API versucht, hier Sicherheit und Privatsphäre des Anwenders zu schützen. Sie lässt es nämlich zum Beispiel nicht zu, dass ich einfach sagen kann, gib mir C-Windows-System32, Shell-32-DLL oder sowas. Das geht natürlich nicht. Sondern der Benutzer muss über diesen Datei-Öffnen-Picker das Ganze auswählen und bestätigen. Das ist das, wo das Fugu-Team sagt, das ist gut so, so funktioniert das. Und das ist das, wo Mozilla sagt, das sei nicht ausreichend sicher genug, weil der Benutzer nicht weiß, was er dort eigentlich tut. Das ist dann eben die Diskussion unter den Herstellern. Ich persönlich sage, da wir einfach diese Möglichkeit schon hatten, zumindest den Datei-Inhalt zu lesen, ich persönlich halte das für okay. Jo, und dann können wir uns den binären Inhalt daraus holen. Geht über den Aufruf der Get-File-Methode auf dem Await, dann bekomme ich ein File zurück und ein File erbt von Blob ab. Das heißt, da ist der Blob-Inhalt auch gleich drin. Und dann kann ich irgendwas mit der Datei tun. Und die Alternative ist dann, entweder eine der bereits genannten Fallback-APIs zu nutzen oder aber das Feature komplett in der App zu deaktivieren. Ich kann dann dieser Show-Open-File-Picker-Methode auch noch ein Konfigurationsobjekt mitgeben. Ihr seht, oben kann ein Array rauskommen von Handles. Das heißt, ich kann noch mehr als ein Datei gleichzeitig öffnen. Dazu muss ich dann allerdings dieses Optionsobjekt bedienen. Gibt hier nämlich so eine Multiple-Eigenschaft und sobald ich die auf True setze, darf ich dann mehrere Dateien auswählen. Bekomme folglich auch mehrere Handles zurück. Und hier unten in den Types kann ich dann auch noch mitgeben, welche konkrete Bilddateien ich unterstützen will oder welche konkreten Dateien allgemein ich unterstützen will. Hier in diesem Beispiel sind es dann PNG-Dateien. Die File-System-Handling-API, die habe ich euch ebenfalls vorhin gezeigt. Das ist die Möglichkeit, wie ich mich nun registrieren kann für eine bestimmte Dateierweiterung. Die sieht folgendermaßen aus. Hier ist mal eine ganz interessante Schnittstelle auch. Denn für die File-System-Handling-API muss ich jetzt zwingend die PWA auf dem System installieren. Denn bei der Installation wird ja quasi das Icon angelegt. Je nach System wird sogar eine Fake-App quasi im Hintergrund installiert und heruntergeladen. Auf Windows gibt es auch so einen App-Wrapper außenrum. Und erst durch diesen Installationsschritt kann natürlich die Registrierung für eine bestimmte Dateierweiterung geschehen. Erst wenn ich ja ein Icon habe, auf das ich klicken kann, kann ich es auch anzeigen in der Liste von verknüpften oder von zugehörigen kompatiblen Apps. Das Ganze ist eine Erweiterung des Web-App-Manifest. Das ist diese Spezifikation, die haben wir ganz am Anfang gesehen, die ich brauche, um Aussehen und Verhalten der auf dem Gerät installierten Anwendung zu definieren. Es enthält Metadaten für diese Apps. Es gibt zwei Teile, wenn ich das Ganze implementieren möchte. Das kann jetzt interessant sein für die, die das vielleicht einsetzen können. Der erste Teil ist die Erweiterung des Manifests. Hier sage ich File Handlers, neue Eigenschaft, und zähle dann die Dateierweiterung auf, die ich unterstützen möchte. Es kann auch mehr als eine geben. Mit Action sage ich, welche URL quasi geöffnet werden soll, der PWA, wenn ich jetzt mit diesen Dateiformaten reinkomme, die ich dann im Accept-Abschnitt definiere. Und dort muss ich immer meinem Type hinterlegen und die Dateiextension. Das liegt daran, dass wir halt Betriebssysteme haben, die auf die Erweiterung hören, Windows. Und es gibt welche, die eher auf den Medientyp schauen, also Linux-Systeme typischerweise. Und um quasi beides zu unterstützen, müssen wir auch beides angeben. Wenn man es nochmal ganz kurz vergleicht, ich gehe nochmal kurz zurück mit der File System Access API, sehen wir, dass es sogar das gleiche Format ist. Das heißt, diese beiden APIs sind auch durchaus kohärent. Das ist der eine Teil. Und dann braucht es natürlich noch einen, also das ist der deklarative Teil. Und dann braucht es natürlich noch einen imperativen Teil. Dann wird die Anwendung also geöffnet unter der hier hinterlegten URL. Hier gerade die leere Route zum Beispiel. Und dann muss ich da innen drin irgendwas machen. Und dazu gibt es die sogenannte Launch Queue. Hier wie immer, erstmal mit if reinschauen, ob es sie denn gibt. Und wenn es sie gibt, kann ich mich mit der set-consumer-Methode draufhängen und bekomme dann Zugriff auf die Parameter. Parameter ist etwas, was man in Zukunft auch erweitern kann. Das wird zum Beispiel die Argumente, die man auf der Konsolen, auf der Command Line quasi gekriegt hätte. Die könnten dort irgendwann mal draufstehen. Aktuell stehen die Files eben drauf, mit der die Anwendung geöffnet wird. Dann habe ich wieder die Handles. Und dann, habt ihr es vorhin auch schon gesehen, kann ich getFile drauf aufrufen, kriege das Blob und so weiter und so fort. Gut, das sind mal ein paar Beispiel-APIs, die wir jetzt auch vorhin gesehen haben in der Vorstellung. Jetzt habe ich vorhin noch geteasert, dass ich euch die Vorschau zeigen möchte. Der Artikel ist noch nicht ganz fertig, aber ich finde ihn super interessant, was nämlich andere Entwickler mit diesen APIs anfangen. Dazu schnappe ich mir gerade mal kurz dieses Browser-Fenster und mache einmal kurz das Repo auf. Dauert nicht lang. Da ist es. Und dann kommt es hier. Was wir da mal gemacht haben, wie gesagt, ist einfach mal das Web durchcrawled. HTTP Archive ist so die Nummer 1-Quelle für Performance-Daten zum Beispiel im Web. Und die haben, hier sieht man, 6 Millionen Desktop-Webseiten in ihrem Datenuniversum und über 7 Millionen mobile Webseiten. Und dann haben wir mal geguckt, welche Webseiten nutzen denn jetzt diese verschiedenen APIs. Und zum Beispiel haben wir hier die File System Access API. Da ist es so, dass es einen coolen Editor gibt, der heißt Excalidraw. Was der macht, ist, dass man hier so Boxen quasi zeichnen kann und das Ganze sieht halt immer aus, als wäre das mit Hand gemalt. Das ist da so ein bisschen deren Idee, so ein Hand-Drawn-Style. Und dann kann ich hier zum Beispiel die Dateien öffnen. Ich kann sie speichern. Und das geht eben über die gezeigte File System Access API zum Beispiel. Etwas, was ich gar nicht wusste, ist, dass es eine Web-Version von CorelDRAW gibt. Habe ich früher mal verwendet. Das ist so eine, ich glaube, es ist eine Vektor-basierte Software, wenn ich mich nicht irre. Aber welche, auf der man Zeichnungen quasi hinterlegen kann. Ja, das war Vorgänger von Photoshop und Co. Das gibt es immer noch, glaube ich. Aber es ist nie so gut gewesen wie Photoshop, glaube ich. Ja, der Rang wurde dann ordentlich abgelaufen. Abgelaufen, ja. Ja, CorelDRAW war früher die Go-To-App für Grafik. Siehst du mal, es gibt sie noch immer und es gibt sie sogar als Web-App. Und auch die nutzen wiederum die File System Access API, dass du da dann drauf zugreifen kannst. Dann haben wir zum Beispiel auch ganz interessant Clipping Magic. Die nutzt die Async Clipboard API. Was du da machen kannst, ist, den Hintergrund freizustellen von einem Bild. Und dazu kannst du das Bild kopieren und hier reinpasten. Das heißt, wenn ich mir hier das Bild zum Beispiel nehme, hier Copy, und drücke jetzt hier Paste, dann hat es mein Bild hier links genommen und stellt mit Hilfe von AI den Hintergrund frei, wie man hier rechts sehen kann. Das macht es jetzt mehr oder weniger gut. Das macht es sogar wirklich gar nicht so schlecht. Das ist nicht übel eigentlich. Und es nutzt die Async Clipboard API, dass man quasi sehr einfach von außen dann Sachen in die Anwendung reinbekommt. Nächstes Beispiel. Dann haben wir Web-Share. Da gibt es eine Paints-App. Die macht sogar was ganz Ähnliches wie das, was ihr bei mir schon gesehen habt. Die lässt es euch nämlich auch zeichnen und lässt es euch jetzt Sachen hier teilen mit anderen Anwendungen oder lässt es mich speichern aufs Dateisystem. Jetzt kennt ihr mittlerweile ja auch schon das Konzept. Dann gibt es Möglichkeiten, sich auf URLs zu hängen. Das macht die Pinterest-App zum Beispiel, dass, wenn ich auf eine URL klicke, nicht der Browser aufgehen soll, sondern wieder meine PWA von da unten. Das setzt Pinterest zum Beispiel ein, in deren PWA, die sie ebenfalls haben. Declarative Link Capturing überspringen wir mal. Und dann, wie gesagt, noch ein bisschen die Hardware-APIs, die ganz interessant sind. Web-USB-API. Da gibt es eine App, die heißt Viser. Die kannte ich tatsächlich. Deswegen fand ich es super, als die aufgetaucht ist in den Suchergebnissen. Da kommt man nämlich einfach schön drin sehen, oder was die macht, ist eigentlich Bildschirme zu übertragen von eurem Android- oder iOS-Gerät auf den PC quasi. Und ich hatte die installiert und jetzt gibt es die als PWA. Das heißt, man kann die einfach im Browser ausführen und die spricht dann mit Hilfe von Web-USB mit dem mobilen Gerät und zeigt dann dessen Bildschirm an. Super nett fand ich die Web-Bluetooth-API. Da gibt es eine App, die heißt Brewfather. Sehr interessant. Und die, was ich da machen kann, ist Bierrezepte verwalten. Und wenn ich so einen Braukessel da habe, ich kenne mich jetzt so gut aus mit den ganzen Homebrewer-Zeugs, dann kann ich dort quasi über Bluetooth mein Rezept hinschicken. Und dann kümmert sich da der Kessel drumherum, dass das Richtige quasi gemacht wird. Also wirklich coole Dinge. Wie gesagt, es gibt noch weitere APIs. Und das war echt spannend, das mal zu sehen, was denn Entwickler da draußen dann daraus machen. Göran, ich hätte ein Poll für dich, wenn wir das noch kurz scharf schalten können. Nämlich mal die Frage hier an das Publikum. Setzt ihr denn schon Fugo-APIs ein? Wenn ja, wie viele? Das wäre mal ganz kurz, wäre mal sehr interessant für mich kurz zu wissen. Es fließt dann leider nicht ein in unseren Artikel hier, aber hier mal für uns als Devs. Ah, okay. Doch noch relativ unbeackertes Feld. Das heißt, da geht noch ein bisschen was. Sehr schön. Ah ja, okay. Die 1-3-Fraktion fühlt sich ein bisschen. Okay, super. Also, das wollte ich euch zeigen. Gibt da wirklich schon Sachen, die draußen sind. Guck mal kurz in den Chat. Link. Genau, stimmt. Dann müsstest du Chris noch mal kurz sagen, was du mit Link, welchen du konkret meinst. Dann machen wir das gerne. Genau. Und dann liefern wir den nach. Okay. Dann hüpfe ich noch mal kurz zurück in die Slides und komme dann zur Summary. Nämlich, was glaube ich, wo die Welt der Webentwicklung so ein bisschen hinläuft oder die Welt der Anwendungsentwicklung hinläuft, hinlaufen kann. Wir sehen schon heute, dass sich sehr viel in Richtung PWA bewegt. Faustcode ist für mich, glaube ich, so das leuchtende Beispiel. Und ich meine, das ist ja auch anderen Entwicklern schwer zu erklären, warum du jetzt eine App fünfmal implementieren solltest. Wir alle mögen native Apps, glaube ich. Ich tue es auch. Aber quasi den Feature fünfmal zu implementieren und einen Bug fünfmal zu fixen oder fünf unterschiedliche Bugs fixen zu müssen, ist nicht schön. Deswegen ist es cool, dass wir einfach die Möglichkeit haben, eine Anwendung einmal zu schreiben. Nehmen wir Faustcode. Und diese dann auf den unterschiedlichsten Betriebssystemen zur Ausführung zu bringen. Faustcode braucht heute noch einen nativen Wrapper, Elektron, außenrum, um zu funktionieren. Zum Beispiel das Terminal. Das ist etwas, wofür es keine Web-Stellstelle gibt. Steht auch nicht auf der Agenda. Aktuell. Aber deswegen braucht Faustcode, oder nur deswegen braucht Faustcode heute tatsächlich noch diesen nativen Wrapper. Vieles andere wird direkt im Browser schon funktionieren. Und wenn wir dann weiterdenken an Apps wie PowerPoint, also diese ganzen Office-Style-Apps oder Photoshop und Illustrator, die könnten genauso wunderbar eigentlich auch im Browser laufen. Denn, wie wir gesehen haben, Dateisystem-Integration ist da, Copy-Paste-Integration ist da. Das heißt, hier ist der Weg mittlerweile auch geebnet worden. Und jetzt interessiert mich natürlich, was ihr dazu denkt. Göran, vielleicht können wir gleich das zweite Poll direkt hinterherhauen. Nämlich die Frage, wird deine nächste Desktop-App denn jetzt eine PWA? Können wir mal schauen, wie gut hier unsere Vorstellung funktioniert hat oder unser Webinar funktioniert hat. Genau. Und wenn nicht, wäre natürlich auch noch interessant, könnt ihr mal in den Chat schreiben, an was es scheitert, an was es vielleicht hängen kann. Es wird nie so sein, dass wir sämtliche Anwendungen im Web implementieren können. Sowas wie Treiber ist wahrscheinlich eher schwierig. Und vielleicht wirklich Sachen, die eine besonders tiefe native Integration brauchen, die werden wir als PWA wahrscheinlich nie sehen. Aber die Idee ist, dass wir die 80 bis 90 Prozent Use Cases tatsächlich abfangen. Und wenn ich mir gerade die Auswertung angucke, dann kommt es sogar gut hin. Wir würden es nämlich gerade aktuell auch 90 Prozent sagen und für sich zumindest mal identifizieren. Gut. Was wir also gesehen haben, ist, dass ganz, ganz viele neue, mächtige APIs shippen mit neuen Browser-Versionen. Zumindest in Chromium-basierten Browsern oftmals schwappt es nach WebKit. In Firefox landet es nie oder selten. Ist etwas schade. Manche davon machen jetzt nur noch die Feinpolitur, aber sowas wie File System Access oder Async Clipboard API, die haben wirklich sehr viel geholfen, dass wir hier eine ganze Anwendungsklasse ins Web kriegen. Wie schon gesagt, WebShare API wurde zum Beispiel sogar zuerst für den Desktop in Safari implementiert. Das heißt, da war Chrome sogar langsamer. Und der FUGO-Prozess stellt sicher, dass wir sowohl diese mächtigen APIs bekommen, aber auch alles in einer sicheren und, ja, die Privatsphäre des Anwenders wahrende Art und Weise geschieht. Also, mein Aufruf an uns hier alle, lasst uns das Web zu einer fähigeren Plattform machen und schöne PWAs bauen. Damit, Göran, können wir uns den Fragen widmen, von denen es mindestens zwei gibt, wie ich gesehen habe. Ja, es sind sogar drei geworden. Oh, wunderbar. Genau, weil es gerade im Chat war, lasst mich gerade nochmal den Expert One-on-One-Link eintragen. Ach, ja. Anzeigen, damit ihr euch eintragen könnt, wenn ihr wollt. Dann habt ihr direkt die Möglichkeit nochmal. Falls ihr im Nachgang die Idee habt, dass es doch interessant sein könnte für euch, denn den kriegt ihr später auch nochmal oder kommt einfach auf Chris oder mich zu. Wir finden sicher auch eine andere Lösung oder einen anderen Approach dafür. Genau, Fragen haben wir. Lass mich gerade mal gucken, ob wir eine Prio, ja, wir haben sogar, ja, fast eine Prio. Wir fangen einfach mal an. Der Dominik hat die Frage gestellt, ob man Fugu quasi mit jedem JavaScript-Framework verwenden kann, zum Beispiel Ionic. Ja, also es sind ja alles Web-Plattform-APIs. Das heißt, es spielt keine Rolle, was für ein konkretes Framework du verwendest. Das kann Angular sein, das kann Ionic sein. Die Frage ist halt, auf was Framework konkret abzielen will. Wenn es um Anwendungsframework geht, dann ja. Wenn es darum geht, um Ionic in der WebView zum Beispiel später, dann geht es aber auch, weil sowohl die WK WebView als auch der Chrome-Browser das unterstützen. Insofern, ja, ist die Antwort auch für den zweiten Teil, ja, könntest du auch da verwenden. Du brauchst also kein natives Plug-in mehr künftig. Okay. Dominik, an dich natürlich auch gerne das Angebot und auch an alle weiteren, die eine Frage gestellt haben und gleich eine Antwort bekommen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, nutzt die Kontaktmöglichkeiten. Wir können dann gerne noch ein bisschen tiefer reinschauen und vielleicht die Fragen ein bisschen detaillierter beantworten. Dann wollen wir direkt weiter mit der Frage von Rolf. Denen interessiert der Unterschied im Use-Case von Electron Blazor versus Desktop-PWR? Okay, unterschiedliche Antwortteile. Also Blazor ist ja jetzt, gilt eigentlich das gleiche wie oben, ist ja letztlich auch nur irgendein Framework. Das heißt, du könntest auch aus Blazor-Apps PWRs bauen, also auch Desktop-PWRs bauen. Blazor kann genauso die Async-Clipboard-API nutzen, kann genauso die Filesis-Mexcess-API nutzen. Das heißt, dort gibt es jetzt keinen Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen Electron und Desktop-PWR. Der ist da drin, dass er eben Electron Zugriff hat auf sämtliche native Schnittstellen, die auch native Apps nutzen können. Und PWRs haben das nicht. Das heißt, hier gibt es einen funktionalen Unterschied. Und es könnte Gründe geben, warum du aktuell vielleicht noch Electron brauchst. Wir haben über das Terminal ja gesprochen, bei VSCode als möglichen Beispiel. Aber das Electron-Team ist bei Fugu auch mit dabei. Das ist auch vielleicht auch ganz interessant, um quasi viele dieser Dinge, die Electron gerade machen muss, so ein bisschen in Web-Spezifikationen rüberzuschieben, sodass wir dafür eine Web-Plattform-API haben, die dann sowohl in Electron funktionieren, als auch in einer Desktop-PWA, wie es ja für viele Schnittstellen dann eh schon so ist. Gut, vielen Dank, Chris. Dann schauen wir mal auf die letzte Frage. Da bin ich sehr auf deine Antwort gespannt. Der Matthias hat die Frage gestellt bezüglich Performance. Zum Beispiel, ob man auch Spiele mit einem PWA bilden kann. Und zum Beispiel ein Flugsimulator. Hast du da Erfahrungswerte, Ideen? Ja, es ist schade. Es gibt sogar einen Flugsimulator als Beispiel. Ich glaube, der läuft nur nicht mehr. Ich gucke gerade mal kurz nebenher, dann können wir es ja noch zeigen. Genau. Und es gab auch mal eine Demo, aber die läuft definitiv nicht mehr, wo, ich glaube, es war eine Mozilla-Demo, wo die Unity-Engine in Web-Assembly gepackt wurde und dann im Browser ausgeführt wurde. Das war so eine Zen-Garden-Demo, extrem beeindruckend. Schade, dass es nicht mehr da ist. Das heißt, Performance, Moment, ich kann nichts mehr sagen, besser ich. Ich muss gerade kurz, wie ist das Ding? Also Flight Arcade. Aber es ist nicht sehr beeindruckend jetzt von 3D her. Und es läuft auch nicht mehr. Schade. Und wie wird es mit Babylon aussehen zum Beispiel? Also Babylon shares die Grafik-Engine? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber zumindest, wenn du halt Unity schon mal in den Browser bringen kannst, das ist sogar unterstützt, glaube ich. Das müsste mal hier unseren Kollegen Manu fragen. Du kannst Unity-Projekte auch ins Web quasi exportieren. Bei Performance, da wird es wahrscheinlich immer einen Versatz geben. Das wird ja in der VM ausgeführt später. Aber mit Hilfe von Web-Assembly kann man in bestimmten Bereichen, vor allem Spiele, quasi doch sehr, sehr nahe an sehr hohe Ausführungsgeschwindigkeiten kommen. Und wie gesagt, mit Unity kannst du deine Games problemlos in das Web exportieren. Genau, Unity, das habe ich, glaube ich, sogar schon mal irgendwo gesehen. Aber ich kenne das Spiel gerade auch nicht aus dem Kopf. Das war die Unreal Engine übrigens. Sorry, fällt mir gerade ein. Ja, genau. Woran ich gedacht hatte, war, wie gesagt, Babylon.js, weil das ist ja JavaScript. Das sollte ja durchaus funktionieren. Und wenn man jetzt die Performance von Babylon.js rein im Browser anschaut, taugt das echt für Spiele. Also auf der Babylon.js-Website gibt es ja einige Beispiele für Implementierungen, die nicht nur aus dem Enterprise-Umfeld kommen, sondern auch aus der Spielebranche. Und da gibt es richtig coole Sachen. Und man wird es mal wahrscheinlich auf einen Versuch ankommen lassen. Ist vielleicht was für ein nächstes Webinar? Zum Beispiel, ja. Vielleicht ein kombiniertes mit Max, Manu und dir. Ja. Wenn man alles zusammenbringt. Wenn es euch interessiert, lasst uns gerne wissen. Das ist ein Feedback. Das ist ein Tech-Showcase. Wir bringen alles zusammen und bauen ein 3D-Browser-Game, das auf dem Desktop in der PWA läuft. Warum nicht? Definitiv. Ja. Also quasi die Antwort, du kannst da sehr nah dran kommen. Also klar, ich meine, wenn du nicht in der VM läufst, hast du es immer besser. Aber das ist der einzige Unterschied dann. Ja. Genau. Gut. Das war es nochmal mit Fragen. Ich habe gesehen, es gibt doch einige Anmeldungen für das Applet One-on-One. Ich werde dann im Laufe der Woche auf euch zukommen, wenn ich weiß, wie viele Anmeldungen da sind, dass wir die Slots entsprechend stecken können, damit das passt. Und gerade kam eine Zusatzfrage vom Ralf, der fragt, ob PWA Zugriff auf WebGL hat. Ja. Das ging fix. Natürlich. Genau. Ja. Dann, falls jetzt keine Spontanfragen mehr kommen. Ihr habt noch 10 Sekunden Zeit. Solange gucke ich noch in den Chat. Würde ich mich von meiner Seite aus bedanken. Chris, das war mit mir ein Fest. Sehr, sehr cooles Thema. Und ich finde es extrem beeindruckend, wie du deine Hintergrundbeleuchtung mit deinem Pullover abgeglichen hast. Vielen Dank. Das gibt mir nicht geglückt. Das gibt mir auch mit mir. Genau. Auch an euch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für die Interaktion, für die Fragen. Vielleicht sehen wir uns bei einem der nächsten Webinare. Weiter geht es in zwei Wochen mit unserem Kollegen Janik zum Thema NGRX. Da geht es um eine Einführung. Wird bestimmt auch sehr, sehr cool. Vielleicht sehen wir uns ja. Allerdings, dann werde ich im Zuschauerraum sein. Das wird unser Kollege Marco übernehmen. Einen wunderbaren Tag. Schönes Bergfest. Hoffentlich sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.